Mein Name ist Katrin Dinkelacker. Ich bin Dozentin an der Thalamus-Schule und unterrichte in der Heldenreise und auch in der Thalamus-Therapeuten-Ausbildung, also in der TTA. Ich habe selber 2005 dort meine Reise oder einen Großteil meiner Reise angefangen und habe seit 2009 jetzt eine Praxis in Sindelfingen und arbeite dort mit Gesprächsgestalt und auch Traumatherapie. Hallo Viktoria. Ja, ich habe zwei erwachsene Kinder. Der eine ist schon fertig mit Studieren und meine Tochter studiert noch in Wien und unterrichte auch die Quantum Light, das heißt gebe auch die Quantum Light Meditation. Das ist auch eine Art Meditation bei Thalamus und ein Großteil immer wieder in den Seminaren ist auch Meditation und Atmung und deshalb möchte ich jetzt heute mit euch hier ein paar Sachen über die Atmung teilen im Namen eurer Online-Heldenreise. Ich weiß nicht, wer mich beim ersten Vortrag schon gesehen hat. Da ging es ja um unsere Überlebensstrategien, die wir entwickelt haben in der Kindheit oder auch später und da habe ich dann am Schluss gesagt, dass ich euch heute auch so ein paar Entspannungstechniken vorstellen werde. Also das wird auf jeden Fall auch dabei sein und so wie das meine Kolleginnen auch zum Teil gemacht haben, gibt es natürlich Informatives, dann werden wir auch ein paar Übungen machen und dann habt ihr Zeit über Chat oder auch direkt Fragen zu stellen, die ich euch dann so gut ich kann eben beantworten werde. Weil die Heldenreise bei Thalamus an sich ist ja eine reine Selbsterfahrung. Also da wird natürlich schon eine Psycho-Edukation gemacht, noch einiges erklärt, aber das meiste wird erfahren. Das heißt, wir machen Übungen, sodass ihr das alles selbst an euch erfahren und erleben könnt. Und deshalb wollen wir jetzt hier auch natürlich Informationen mitgeben, aber den Fokus auch auf Erfahrungen legen. So, dann fange ich mal an. Der Atem. Der Titel heißt ja Bewusstseinserweiternde Energie. Das heißt, ich kann mit dem Atem auch mein Bewusstsein erweitern. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich erst mal darauf eingehen, so ein bisschen physiologisch, was passiert denn da. Das heißt, wenn es ganz gut läuft, atme ich, wenn es gesund ist, durch meine Nase ein. Und die Nase, die filtert schon ganz viel im Sauerstoff, wenn irgendwelche Viren oder Bakterien oder was auch immer da sind, die filtert meine Nase schon beim Einatmen. Sie temperiert die Luft, die kleinen Härchen in der Nase und sorgt dafür, dass die Luft gut temperiert in unseren Bronchien und in der Lunge ankommt. Was sie auch noch macht, sie produziert NO, Stickstoffoxid. Und das ist wie eine Desinfektion für auch den Sauerstoff, der über die Nase eingenommen wird. Das heißt, auch die Bronchen werden dadurch, öffnen sich dadurch besser. Und somit ist die Nasenatmung, das weiß man heute mittlerweile, einfach die gesunde Atmung, wie wir tagtäglich atmen sollten. Nun, durch viele Prozesse, ob das jetzt Ängste sind, durch irgendwelche, gerade auch in der Pandemie, durch die Masken, haben sich viele Menschen abgewöhnt, durch die Nase zu atmen und haben angefangen, durch den Mund zu atmen. Weil zum Teil durch die Maske habe ich gar nicht gut Luft durch die Nase gekriegt. Das heißt, ich brauchte viel mehr oder hatte viel mehr das Gefühl, ich muss durch den Mund atmen. Und dann weiß mittlerweile auch, durch Stimulation am Mund, öffnen wir den Mund und dann öffnen wir automatisch durch den Mund. Kann natürlich auch passieren, wenn die Nase mal zu ist im Winter oder so, dass ich den Reiz kriege. Aber wenn ich an eine Nasenatmung gewöhnt bin, verstopft sie meistens gar nicht. Deshalb gibt es Möglichkeiten, wie wir auch Nasenatmung wieder trainieren können. Es gibt gewisse Meditationsformen und Atemformen und Atemtechniken, wo ich bewusst durch den Mund atme, aber das immer nur für kurze Zeit. Da gehe ich aber auch später drauf ein. Jedenfalls ist der Atem die einzige Körperfunktion, die automatisch funktioniert und die ich aber dennoch beeinflussen kann. Also alles andere, was die Leber macht, was die Nieren machen, was unser Herz macht, das kann ich nicht beeinflussen. Vielleicht den Darm ein bisschen durch die Ernährung. Aber meinen Atem kann ich willentlich steuern. Der Atem war schon immer so ein wichtiges Instrument, wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, dass es im chinesischen Tao allein sieben Bücher nur über die Möglichkeiten und die Techniken unseres Atems gibt. Und ich glaube, das war 400 vor Christi oder so, als diese Bücher geschrieben wurden. Vielleicht wurde das dann irgendwann im Laufe der Jahrhunderte etwas vernachlässigt, aber jetzt in den letzten Jahren wird den Menschen und den Wissenschaftlern, alle, die damit arbeiten, wieder bewusst, wie wichtig unser Atem für uns ist und was wir alles damit Positives, aber auch Negatives machen können. Und was kann ich zum Beispiel machen mit dem Atem? Ich kann meine Gefühle beeinflussen. Andersherum beeinflussen unsere Gefühle natürlich auch den Atem. Also es gibt sogenannte Atemmuster, was ihr vielleicht wisst, Menschen, die wütend sind, die schnaufen manchmal so ein bisschen und ziehen auf die Schultern dann zum Teil beim Atmen mit an. Oder wenn ich jetzt total entspannt bin, dann habe ich meistens einen ruhigen, sanften Atem. Wenn ich vielleicht vor einer Prüfung bin und aufgeregt bin, Lampenfieber habe, dann wird mein Atem ein bisschen schneller und auch kürzer. Und wenn das ab und zu passiert, ist es überhaupt kein Problem. Da kann mein Körper mit umgehen. Aber wenn ich zum Beispiel durch eine Traumatisierung oder weil ich zu viel arbeite oder was auch immer ständig gestresst bin, entwickeln sich Atemmuster, die irgendwann anfangen, unserer Gesundheit zu schaden. Die auch irgendwann anfangen, sich vielleicht körperlich zu zeigen. Das heißt, ich fange vielleicht an, ich habe vielleicht eine Haltung, wo ich meine Schultern ein bisschen nach vorn ziehe, weil ich immer angespannt bin, flach atme. Das heißt, die Muskulatur und die ganze Körperhaltung verändert sich auch. Wenn ich jetzt ganz aufrecht bin, kann ich ganz anders atmen, als wenn ich mich so ein bisschen gebrägt habe, weil ich mich vielleicht vor irgendwas schützen muss, weil ich vielleicht irgendwelche Erfahrungen gemacht habe, wo ich eine Körperhaltung immer wieder eingenommen habe, damit ich mich sicher fühle. Weil das ist alles, das habe ich auch bei dem ersten Vortrag erzählt, worum es immer geht. Ich möchte mich sicher fühlen. Ich möchte alles tun und das kann ich zum Teil auch mit der Körperhaltung machen. Und das passiert meistens unbewusst. Unsere Körperhaltung, wenn wir anspannen, spüren wir meistens erst, wenn es so schlimm ist, dass der Rücken vielleicht total verspannt ist oder dass ich eben Schmerzen bekomme. Vorher merke ich das ganz, ganz selten. Und da würde ich euch jetzt gleich schon mal bitten, macht mal jeder für sich die Augen zu und atmet mal ganz normal und langsam durch die Nase ein und aus. Und dann kannst du bei dir mal beobachten, ziehst du vielleicht deine Schultern leicht mit hoch? Atmest du in deinen Bauch rein oder vielleicht nur in deinen Brustkorb? Was hast du für ein Gefühl? Welche Muskeln sind alle mitbeteiligt? Das riech auch mal ein bisschen tiefer ein- und ausatmen. Und dann schau mal, wie es sich anfühlt, wenn du durch den Mund atmest, ob du da eine Veränderung merkst. Und als letztes kannst du mal schauen, wie fühlt es sich an, wenn ich durch die Nase einatme und durch den Mund aus. Und vielleicht war das doch noch nicht das Letzte. Wenn du magst, probiere mal noch ganz schnell jetzt zu atmen, egal ob durch Nase oder Mund, und vielleicht die Schultern so ein bisschen hochzuziehen und zu schauen, wie fühlt sich das an. Und da merkst du vielleicht, dass das schon allein dieses Atmen den Körper stresst. Also es ist längst nicht so entspannt. Und es gibt bestimmte Atemformen, wo wir bewusst den Körper stressen erst mal, um die Stresstoleranz zu erhöhen. Aber wenn das natürlich unbewusst im Alltag ganz oft passiert und danach nicht eine Entspannung ist, dann entstehen eben diese Atemmuster, die sich dann eben verfestigen können. Es gibt eine Möglichkeit, wenn ihr durch den Mund atmet, wie man das trainieren kann, wieder durch den Mund zu atmen. Und zwar, wenn du dir nachts mit so einem Kinesothep den Mund zuklebst. Weil gerade nachts tut bei vielen Menschen auch den Mund so aufklappen und dann atmen wir durch den Mund. Und dann entsteht oft bei den meisten Menschen noch Schnarchen oder sogar, was später noch passieren kann, ist dieses Schlafapnoe, dass dann da hinten das Gaumensegel nach hinten klappt und wir immer wieder aufhören zu atmen. Und dann kriegen wir natürlich Lufthunger, weil natürlich viel zu wenig Kohlendioxid da ist. und dann atmen wir wieder ganz schnell und dann irgendwann stabilisiert es sich wieder. Und das kann zu ganz vielen gesundheitlichen Problemen führen. Wenn du jetzt aber anfängst, dir den Mund nachts zuzukleben und du gezwungen wirst dadurch, durch die Nase zu atmen, verändert sich dein Atemmuster. Und das kann natürlich sein, wenn du sagst, oh, meine Nase ist ja nachts oft zu, dass es dir am Anfang Angst macht. Das heißt, man kann auch anfangen, das erst mal vertikal drauf zu kleben oder den Mund ein bisschen offen zu lassen, weil diese Kinesothep sind luftdurchlässig. Also es ist nicht so, dass du dann gar keine Luft mehr durch die Nase kriegen würdest. Aber als ich das angefangen habe, also ich mache das nachts, ich klebe mir den Mund zu, damit ich durch die Nase atme. Und am Anfang, bin ich, glaube ich, nach einer Stunde aufgewacht und hatte das Gefühl, jetzt muss ich es mir wieder runter machen. Aber mittlerweile, also das hat, glaube ich, zwei Nächte gedauert, dann hatte ich mich da total dran gewöhnt, weil das auch nicht wehtut, weil das ganz weich ist, das Kinesothep und überhaupt nichts macht. Und dadurch habe ich natürlich, weil ich auch eine Zeit lang dann gemerkt habe, boah, ich habe beim Joggen den Mund auf und, und, und. Und jetzt erinnert es mich auch tagsüber immer dran, lass den Mund zu. Es gibt auch bestimmte Trainingsformen, wie man durch die Nase dann, sogar beim Joggen und bei anderen Sportarten immer wieder atmen kann und auch die Luft anhalten kann. Das sogenannte Höhentraining und dadurch eben seine Leistung steigern kann. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen. Wenn jetzt jemand Interesse hat, was in den Chat zu schreiben oder eine Frage zu stellen, zu dem, wie er sich nach dieser Atmung gerade gefühlt hat, kann er gerne machen, ob ihr Unterschiede gemerkt habt. Also so ein Feedback mal geben, wie es sich anfühlt, durch die Nase oder durch den Mund zu atmen oder eben die Schultern mit dazu zu nehmen und schnell zu atmen. Ihr könnt es auch zwischendrin machen oder wenn ihr, es gibt ja diesen Button hier mit Reaktionen. Also wenn jemand eine Frage hat, kann er den Button drücken und dann vielleicht den Chat schreiben oder wie auch immer. Oder was mitteilen möchte. Okay, dann machen wir weiter. Ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf über die Atmung, dass ich gemerkt habe, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu sehr springe und euch dann nicht auch verwirre. Also wir waren bei den Mundtapen, damit ihr lernt, wenn ihr das wollt, durch die Nase zu atmen. Vielleicht sagt ihr ja auch, was soll der Quatsch? Aber es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Und für die Gesundheit ist es absolut von Vorteil. Also wenn euch das interessiert, es gibt auch ein Buch von James, ne, warte, ich habe es hier liegen, Nestor, das ist ein Medizinjournalist und der hat alles über den Atem in diesem Buch zusammengefasst. Alles, was interessant ist und über gesundheitliche Auswirkungen. Also wenn euch das interessiert, lest das Buch, es ist super toll zusammengefasst und er erklärt eben in diesem Buch auch, warum haben sich unsere Atemmuster verändert, warum haben wir Schwierigkeiten mittlerweile, durch die Nase zu atmen und warum beeinträchtigt das eben auch die Gesundheit, weil man hat auch festgestellt, dass sich unsere Kiefer verändert haben. Da wir andere Nahrung als früher aufnehmen, komplett, also die ist zum Teil verarbeitet, es ist nichts mehr bissfest, es ist alles weich, wir müssen nicht mehr richtig kauen, ist die ganze Muskulatur zurückgegangen. Dadurch sind unsere Kiefer schmäler und kleiner geworden. Deshalb haben auch immer mehr Kinder brauchen eine 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 Spange, eine Zahnspange, weil die Kiefer nicht passen, weil der Biss nicht stimmt und dadurch hat sich auch unsere Atmung verändert. Wenn wir jetzt anfangen, wieder unser Atemmuster zu regulieren, also so anzupassen, dass wir gesund atmen, das heißt bei der Einatmung in den Bauch atmen, unser Zwerchfell dehnt sich, das heißt der Bauch wirbt sich und bei der Ausatmung wieder das gleiche rückwärts und wieder ruhiger atmen und nachts eben auch nicht durch den Mund atmen, verändert sich auch die Kieferform wieder. Das dauert natürlich, das passiert jetzt nicht in drei oder vier Wochen, aber es hat solche Auswirkungen, dass man sich dessen noch gar nicht wirklich in dem in dem Maße bewusst ist. Also da wird auch gerade ganz, ganz viel geforscht, auch in der Kieferorthopädie und in ganz vielen Bereichen, was über den Atem alles möglich ist. Und natürlich kann ich über tiefes Atmen, über schnelles Atmen, wenn ich das bewusst mache und langsam mache, auch die Zirbeldrüse wieder aktivieren, wo auch DMT ausgeschüttet wird und so mich auch eben in bewusstseinserweiternde Zustände atmen. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Atemformen, die meisten haben von euch vielleicht schon von Wim Hof Atmung gehört, der ja diese Atmung von der Tumor Atmung, also von dieser tibetischen Atmung abgeleitet hat. Dann gibt es das Holotrope Atmen, dann gibt es das Verbundene Atmen, dann gibt es das Box Preasing, dann gibt es das Rebursing und ganz viele von den Atemmethoden zählen halt wirklich auch auf dieses also Rebursing, ich werde neu geboren, ich gehe durch innere Prozesse, durch innere Strukturen hindurch, um eben mein Bewusstsein auch erweitern zu können. Da kommt jetzt gerade eine Frage rein von Marga, ich lese es mir mal durch, ich habe im Alltag manchmal das Gefühl, dass ich meine Lunge nicht ganz voll bekomme. Also die Lunge, die wird meistens voll und dennoch fühlt es sich so an, als ob wir dann hier eine Blockade haben, dass wir nicht tief in den Bauch reinatmen können. Das haben ganz, ganz viele Menschen und das ist tatsächlich so, wenn ich über Jahre flach geatmet habe, weil bei der flachen Atmung fühle ich weniger, dann ist es wie eine Blockade, dann habe ich das Gefühl, mein Atem stoppt hier, ich komme gar nicht tiefer und das ist dann auch tatsächlich so, weil da wie so eine Energieblockade ist, ich kann nicht tief in den Bauch hineinatmen und das kann man aber über diese Atemtechniken lernen, also ich atme ja mit Gruppen und mit schon über viele Jahre und wenn die Menschen am Anfang diese Atemübungen machen, dann ist oft dieses Feedback, ich habe das Gefühl, hier ist Schluss oder es ist alles so eng oder ich kriege gar nicht richtig Luft und je länger sie diese Atemübungen machen, desto weiter wird der Raum wieder, weil das Zwerchfell sich natürlich wieder mehr ausdehnen kann, weil ich einfach die Haltung zum Teil auch ändere, also das haben ganz viele Menschen, Marga, das Gefühl, dass ich eben nicht tief einatmen kann, ja und ja, das ist eine Sache, wie gesagt, die kann trainiert werden, das machen wir auch immer wieder in der Heldenreise, aber auch bei der Quantum Light Press oder bei anderen Meditationen, die eben auch angeboten werden, beziehungsweise du kannst natürlich auch nach Atemtechniken auf YouTube schauen und dir da Sachen angucken und schauen, was dir gut tut, ja, ja, das Zwerchfell ist dann oft angespannt, ja, wenn ich mich zu sehr anstrenge beim Atmen, dann kann es oft, wenn es kein natürlicher Fluss mehr ist, auch eben zu Verspannungen kommen und viele Menschen haben eben Angst, tief zu atmen, weil ein kleines Kind weiß schon, wenn ich nicht weinen will, halte ich die Luft an und dann muss ich nicht weinen oder vielleicht nur so ein ganz kleines bisschen, weil mein Zwerchfell wird lang und dünn, wenn ich atme, wenn ich einatme und je tiefer ich einatme, desto länger und dünner wird es und das massiert meine Organe, meinen Darm und alles und da sind Emotionen drin gespeichert, da werden Botenstoffe ausgeschüttet, Serotonin, Dopamin, Noadrenalin, Adrenalin, so wie im Gehirn auch, aber hier wenn das massiert wird, dann kann es plötzlich passieren, wenn ich wieder tief atme, da kommt ein Gefühl hoch, dass ich plötzlich weinen muss, dass ich plötzlich wütend werde, dass ich plötzlich und das wollen ja die meisten nicht, das versuchen wir ganz oft zu unterdrücken, weil es ist ja nicht angesagt, vor allem im Alltag nicht oder im Geschäft nicht, wenn ich funktionieren möchte und dadurch muss ich mich natürlich dann immer ein Stück weit auch anspannen und zusammenhalten und dann atme ich flach und das ist eine gute Methode, wenig zu fühlen und wenn ich jetzt aber gerade bei unserer Quantum Light Press, diese tiefe Atemmeditation, die wir machen, die Augen geschlossen habe und ganz, ganz tief ein- und ausatme und dann ein Gefühl kommt und ich aber weiter atme und keine Geschichte mehr dazu erzähle, was ich ja oft mache, weil die Atmung ist natürlich auch, wenn ich die beobachte, die bringt mich ins Hier und Jetzt. Wenn ich also bei meiner Atmung bleibe, dann ist das Gefühl da, was wundervoll ist, es ist einfach, wenn ich traurig bin, wenn ich traurig, dann weine ich. Blöd wird es immer nur dann, wenn die Geschichte dazu kommt und ich entweder in eine Opferhaltung gehe oder eben aus der Traurigkeit dann eine Wut entsteht und meistens erzählen wir uns halt immer wieder die gleichen Geschichten und das passiert nicht, wenn ich immer wieder zu meiner Atmung zurückkehre, wenn ich immer wieder den Fokus auf meine Atmung richte. Das heißt, ich kann damit wirklich auch mich durch meine Blockaden durchatmen und durch meine, durch verschiedene, ja, Bewusstseinszustände atmen, aber das ist natürlich auch was, das müsst ihr erfahren. Diese Erfahrung können wir jetzt natürlich hier in dem Format nicht machen, weil da brauchst du jemanden, der dich begleitet, weil da natürlich es auch passieren kann, dass durch die kurze Hyperventilation, die da auch gemacht wird, die Finger kribbeln, weil eben der CO2-Sauerstoff- Ausgleich nicht mehr oder ein anderer wird. Es kann passieren, dass du eben die Pfötchenhaltung kriegst, es kann passieren, dass auch der Körper anfängt zu zittern und damit du da gut betreut bist, braucht es natürlich jemanden, der für dich da ist, aber so ganz normale, sanfte Atemübungen, die dein Vagusnerv, die dein Parasympathikus aktivieren und, und, und. Das kannst du ganz entspannt alleine machen und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Techniken, weil eben die Atmung sowohl körperlich eine Auswirkung hat, das heißt auf deinen Stoffwechsel, auf die Mithischontren, auf die Telomere, das sind diese kleinen, an deinen Zellen, wie so kleine Schwänzchen, die auch für die Alterung und für die Krankheiten zuständig sind, auf deine Haltung, wo es ganz, ganz großen Nutzen hat, also da gibt es eine Butteikov-Atmung, heißt die, wo du ganz oft die Luft anhältst, wenn du Asthma hast, also es soll Anti-Aging-Wirkung haben, alle möglichen, also körperlichen und natürlich das Lymphsystem, dadurch, dass viel mehr durch diesen Sauerkohlendioxid und Sauerstoffausgleich wird viel mehr Sauerstoff durchs Blut transportiert und dadurch wird dein Lymphsystem aktiviert und der ganze Körper wird entgiftet, also es ist einfach für den, für das Physiologische, für das Körperliche absolut super und dann emotional natürlich, du kannst damit, mit den Atemmustern, deine Gefühle beeinflussen, also nicht nur deine Gefühle beeinflussen den Atem, sondern es geht eben auch umgedreht, ja, das heißt, wenn du dich jetzt hinsetzt und entspannt atmest, kannst du damit dein ganze, ja, wenn du traurig bist, wenn du im Stress bist, dich entspannen und deine Gefühle somit beeinflussen und da würde ich jetzt gleich nochmal mit euch eine Übung machen und zwar das sogenannte Box Breathing und da kannst du, wenn du willst, wieder die Augen schließen und viermal durch die Nase, also einatmen bis vier zählen, zwei, drei, vier, dann die Luft anhalten, innerlich bis vier zählen, zwei, drei, vier, ausatmen bis vier zählen, zwei, drei, vier und wieder anhalten bis vier zählen und das kannst du jetzt mal so fünf bis sechs Mal für dich machen und schauen, was passiert, also du atmest ein durch die Nase, zwei, drei, vier, du hältst die Luft an, zwei, drei, vier, du atmest aus durch die Nase, zwei, drei, vier und hältst die Luft wieder an. Und dann lasse ich euch jetzt mal das für eine Minute machen und dann könnt ihr mal beobachten, was passiert ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann kannst du einfach nochmal nachspüren, ob du eine Veränderung jetzt in deinem Körper merkst. Also normalerweise ist es so, dass man, während man diese Übung macht, mal nicht denkt, weil ich bin auf das Atmen und auf das Zählen fokussiert. Das heißt, ich bin total im Hier und Jetzt und dann ist es total entspannend normalerweise. Und ich bin in der Zeit wirklich ganz, ganz bei mir, nicht mein Mentales arbeitet, ich schaue nicht, was mein Körper sonst macht, sondern ich bin ganz bei mir und bei meiner Atmung. Und wenn du dich also mal gestresst fühlst oder das Gefühl hast, es geht dir nicht gut, kannst du einfach dieses Box Breezing machen für zwei Minuten, fünf Minuten. Und das ist eine tolle Möglichkeit, dein Vagus Nerv, dein Parasympathikus zu aktivieren und einfach zu entspannen. Weil dadurch einfach wieder dein Sauerstoff und CO2-Gehalt in einer Balance ist. Weil durch falsche Atemmuster passiert es auch ganz oft, dass die CO2-Balance, das heißt eben dieser Ausgleich zwischen Sauerstoff und CO2, nicht da ist. Und daraus, wenn wir zu wenig CO2 im Sauerstoff, also im Blut haben, daraus entstehen auch Panikattacken. Und wenn ich jetzt viele Ängste habe und immer wieder schnell atme, durch das schnelle Atmen, durch das Hyperventilieren, verringere ich eben unbewusst meinen CO2-Gehalt. Und das führt zu Panikattacken. Deshalb hat man da früher, heute macht man das gar nicht mehr so oft, ich weiß gar nicht warum, auch oft so eine Tüte aufs Gesicht. Und dann atme ich mein eigenes CO2 wieder an. Der CO2-Gehalt geht wieder hoch und dadurch kann ich mich wieder beruhigen. Aber heute weiß man, dass es ganz viele Möglichkeiten über die Atmung gibt. Also gerade Mundatmung begünstigt Panikattacken. Also die meisten Menschen, die Panikattacken haben, haben eine Mundatmung. Wenn ich anfange, wieder mehr durch die Nase zu atmen oder wenn es geht immer, ich meine, das passiert uns allen, dass wir im Mund mal aufatmen und atmen, das ist auch gar nicht das Problem. Aber wenn ich den Fokus wieder auf meine Nasenatmung richte und ganz viel durch die Nase atme, gehen auch ganz, ganz oft die Panikattacken zurück. Oder aber eben dieses Luftanhalten nach dem Atmen, was ja auch gerade bei der Wim Hof Meditation, ich atme erst ganz, ganz schnell, dann atme ich aus, ganz langsam und dann halte ich die Luft an. Dadurch geht der CO2-Gehalt wieder hoch und es kann sich alles entspannen. Erst wird der Sympathikus aktiviert, was für eine hohe Konzentration sorgt. Und dann wird der Parasympathikus durch dieses langsame Ausatmen und Luftanhalten aktiviert und ich kann mich entspannen. Und das tut auch unsere Stresstoleranz trainieren. Und laut Forschungen gehen die Entzündungswerte im Blut zurück. Die Entspannung, das habe ich schon immer wieder erwähnt, also es hat ganz, ganz viele Vorteile. Er behauptet ja sogar, dass Menschen geheilt worden sind von Rheuma und Arthritis und, und, und. Die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht oder jetzt nicht gehört, aber er hat wohl ganz viele Beispiele. Also du kannst über den Atem wirklich auf allen Ebenen, also emotional, körperlich, als auch geistig, spirituell, ganz, ganz, ganz viel verändern. Und nicht umsonst in den ganzen alten Kulturen, egal ob das jetzt die Buddhisten sind oder die Hindus sind oder welche Kulturen. Sie atmen erst mal, sie laden sich auf, sie nutzen die Kraft ihres Atems und dann gehen sie in die Stille. Die indogenen Völker, bevor sie irgendwie raus, losgezogen sind, sie haben ihre Tänze gemacht. Durch dieses Tanzen wird natürlich auch der Atem mit eingesetzt. Die haben dann ihre Kriegstänze und ihre Freudentänze und nehmen dann auch die Töne dazu. Ja, wenn ich dann noch töne, ist es nochmal eine andere Atmung. Ja, und da haben sie sich wirklich entweder in Trance getanzt oder aber in Kraft. Weil wenn ich schnell atme und viel tanze, das gibt Energie, wenn es fließt. Es ermüdet nur, wenn ich Blockaden habe. Aber wenn es fließt, gibt es ganz, ganz viel Kraft, wenn die Energie im Körper beim Tanzen, beim Atmen eben fließt. Und so habe ich über die Atmung und auch über den Körper so viele Möglichkeiten, mein Bewusstsein zu erweitern, mich zu gesunden und Körper, Geist und Seele eben damit einzubeziehen. Jetzt würde ich erstmal kurz zwischendurch, ich habe jetzt doch so viel erzählt, habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen, habt ihr schon eigene Erfahrungen mit der Atmung gemacht? Vielleicht gibt es auch jemanden von euch, der Panikattacken schon mal hatte oder hat und dass er da eben Fragen hat. Gut, dann machen wir jetzt noch eine andere Atemtechnik. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon davon gehört. Das ist auch eine Entspannungstechnik und die nennt sich 4-7-8-Atmung. Also gerade, die kann man wirklich machen vor Prüfungen, wenn man aufgeregt ist, wenn einen der Chef ärgert oder eine Freundin, die Partnerin, der Partner, wer auch immer. Kann man auch zusammen machen. Die heißt eben 4-7-8-Atmung. Und da zählst du bis 4 und atmest durch die Nase ein. Zählst bis 7 und hältst die Luft an. Da wird eben das Kohlendioxid angereichert. Und dann zählst du bis 8 und atmest aus. Also du zählst bis 4 und atmest durch die Nase ein. Zählst bis 7 und erhalts die Luft an. Und atmest aus und zählst bis 8. Und das alles durch die Nase. Und das könnt ihr jetzt mal machen. Für euch. Einatmen durch die Nase. Bis 4 zählen. Luft anhalten. Bis 7 zählen. Und ausatmen. Und bis 8 zählen. Und ausatmen. Bis 8 zählen. Bis 8 zählen. Bis 9 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 zählen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt schau mal, wie es sich jetzt anfühlt. Vielleicht ähnlich wie nach der Boxatmung, aber vielleicht hast du auch jetzt ein ganz anderes Gefühl. War es anstrengend für deinen Körper? Ist es dir leicht gefallen? Wie ist es dir leicht gefallen? Uwe, weißt du, was der Unterschied für dich war? Das Einatmen wird intensiver. Ja, und zwar durch das lange Ausatmen ist es nochmal wie, wenn ich ausatme, wie eine Kohlendioxidanreicherung. Und dadurch entsteht ein größerer Lufthunger. Und dann atmest du automatisch leichter ein. Also das hast du gut gespürt und das ist auch ganz normal. Also es fällt dann tatsächlich leichter auch einzuatmen und wird wirklich intensiver. Danke für dein Feedback. Nach dem Ausatmen in der ersten Variante hatte ich das Gefühl, ich muss direkt wieder einatmen. Ja, weil es da kürzer war. Und hier hattest du auch mehr Raum. Aber das könnt ihr für euch auch üben, was entspannter für euch ist. Und diese Technik, die gerade am entspanntesten für euch ist, dann für euch einsetzen. Und das kann sich dann nach ein paar Wochen ändern. Aber ihr werdet merken, wenn ihr Atemtechniken wirklich in euren Alltag einbaut, verändert sich was. Also ich hatte gerade 2005, 2006, waren für mich ganz, ganz anstrengende Jahre. Ich hatte kleine Kinder. Eine Trennung war, also es war super, super anstrengend. Mir ging es wirklich nicht gut. Und da habe ich jeden Morgen, auch wenn es mir noch so schwer gefallen ist, eine Stunde geatmet. Und ich sage immer, es hat mich über den Tag gerettet. Es hat mir wirklich, ich übertreibe ein bisschen, aber es hat mein Leben gerettet. Aber damals hat es sich wirklich für mich so angefühlt. Heute weiß ich, ich hatte damals eine Depression. Damals war mir das nicht so bewusst. Und ich habe dann oft am Wochenende, wenn dann die Kinder ganz da waren, habe ich es oft gelassen und habe gemerkt, die Tage sind mir viel, viel schwerer gefallen, als an den Morgenden, wo ich dann wirklich um fünf aufgestanden bin und dann manchmal auch nur eine halbe Stunde, aber eine halbe Stunde mindestens, geatmet habe mit Musik im Hintergrund. Und das hat mir Kraft gegeben. Und deshalb bin ich auch so begeistert von diesem Tool und beschäftige mich eigentlich seit dieser Zeit mit verschiedenen Atemtechniken, mit Holotropenatmen, mit, ich habe in der Praxis eine Zeit lang das heiliges Atmen genannt, weil ich das dann auf meine Art und Weise gemacht habe, um einfach über den Atem unser Potenzial zu erfahren, uns zu gesunden, uns zu verjüngen. Ja, alles, was ich euch schon eben erzählt habe, was eben wichtig ist. Und weil Atmen heißt Leben. Und das kann ich jederzeit und überall machen. Ich nehme es immer mit. Ich kann es beim Wald spazieren gehen, bei einer Gehmeditation kann ich darauf achten, wie atme ich, kann bestimmte Techniken ausprobieren. Ich kann es beim Autofahren machen. Da sollte ich natürlich jetzt nicht überventilieren oder die Augen zumachen, aber ich kann beim Autofahren auf meinen Atem achten. Und in den letzten zwei Jahren bin ich ziemlich viel geflogen. Ich habe im Flugzeug immer meine Atemübungen gemacht. Durch die Nase natürlich, damit es schön gefiltert wird, damit ich nicht von den anderen, weil wir sind ja über den Atem verbunden. Und ich finde es einfach sagenhaft, was ich da für Möglichkeiten habe. Und je mehr ich eben den Fokus dann darauf richte, desto mehr wird mir auch bewusst, wie sich was verändert. Und wie gesagt, es ist der Ursprung unseres Lebens. Das Erste, was ich mache, wenn ich auf die Welt komme, ich atme ein. Und das Letzte, wenn ich gehe, ist, ich atme aus. Also es hat auch in jeder Religion einen anderen oder einen bestimmten Namen. Also im Christentum ist es auch der Heilige Geist, der Atem. Der Spirit im Hebräischen ist es der Geist von Gott. Im Hinduismus, Atman, Prana ist da die Bezeichnung, der Atemgeist. Das Chi im Buddhismus, der Gotteswind, die Energie. Aber das ist nicht nur die Energie, die in uns fließt, sondern die über den Atem eben auch aufgenommen wird. Und im Islam ist es das Ruhe. Also es hat in jeder Religion eine ganz, ganz große Bedeutung. Udem habt ihr vielleicht auch alles schon mal gehört. Und weil es eben, ja, weil wir damit ganz viel eben in unserem Leben beeinflussen können. Und auch in der Heldenreise ist es immer wieder an den Wochenenden. Also eine Atemmeditation machen wir meistens, auch wenn es, oder es gibt verschiedene Beckenatmen, Schmetterlingsatmung. Es gibt Partnerübungen, die wir mit den Atemen machen können. Und das sind meistens so tiefgreifende, veränderte Erfahrungen für die Teilnehmer, dass wir vielleicht sogar uns irgendwann überlegen, ein ganzes Wochenende nur mit Atmung zu machen. Weil es eben, weil dadurch eben tiefe Erfahrungen möglich sind. Und natürlich ist es auch immer wieder so, dass es am Anfang auch vielen Menschen Angst macht. Weil über den Atmen wir natürlich auch an Erfahrungen wieder rankommen. Da können Bilder hochkommen, wenn wir jetzt wirklich eine Stunde atmen, also tief atmen. Da können auch, also aus der Traumatherapie weiß man auch, mit Atmung kann man ganz, ganz viel machen. Kann man ganz viel auch wieder auflösen. Man kann auch ganz viel regulieren, weil eben das Nervensystem bei der Traumatisierung immer angegriffen ist. Und wir uns dann nicht mehr regulieren können. Und über den Atem haben wir wieder die Möglichkeit, uns zu regulieren. Und die Impulskontrolle verändert sich dadurch eben auch wieder, wenn ich bewusst atme, wenn ich das trainiere. Also die Möglichkeiten sind so groß. Ihr seht, es gibt mittlerweile nicht nur ein Buch drüber. Ich glaube, wenn ihr im Internet googelt, gibt es mindestens 20 oder 30 Bücher drüber. Das heißt, es gibt so viel über den Atem zu sagen, zu erfahren, auch noch zu erforschen, dass es ein Riesenfeld ist. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es auch immer mehr mit eingebunden wird in Heilverfahren, auch in den Krankenhäusern. Also ich weiß gerade auf den Abteilungen, wo jetzt Herz-Kreislauf-Geschichten oder Asthma-Geschichten sind oder behandelt werden, dass da auch schon ganz viel über die Atmung gemacht wird. Habt ihr jetzt im Moment gerade noch Fragen an mich? Wollt ihr noch, vielleicht noch über eine Erfahrung von vorhin sprechen? Also wenn es euch näher interessiert, dann könnt ihr auch mal auf die Thalamus-Seite gehen, unter Meditationen und Yoga gehen. Und da wird immer wieder angezeigt, wann zum Beispiel die Quantum Light Meditation angeboten wird. Jetzt am Tag der offenen Tür habe ich es wieder gemacht. Und wenn euch das interessiert, schnuppert mal. Oder ansonsten natürlich bei der Heldenreise. Oder aber gebt einfach mal Atemtechniken ein bei YouTube und schaut, was da angeboten wird. Und probiert es einfach mal für euch aus. Wer ganz mutig ist und es ausprobieren will, klebt sich nachts mal den Mund zu und guckt, was passiert. Oder ja, experimentiert damit rum. Es ist ein Tool, was ihr bei euch habt, die ganze Zeit. Ihr werdet merken, wenn ihr da mehr drauf achtet, wie sich was verändert. Und vielleicht auch mal, gerade wenn euch jemand triggert und ärgert, dann mal schauen, was passiert denn da mit meiner Atmung? Schnaufe ich da vielleicht ein bisschen mehr? Ziehe ich da vielleicht sogar meine Schulter ein bisschen hoch? Oder ziehe ich meinen Kopf ein? Oder werde ich größer, weil ich eigentlich durch den Stress im Angriffsmodus bin? Ja, je nachdem. Also das haben wir ja, glaube ich, alle in unseren Vorsträgen erklärt. Wenn wir in Stress kommen, dann sind wir entweder im Angriffs- oder im Fluchtmodus. Und da macht natürlich unsere Muskulatur auch was. Also wenn ich eher im Fluchtmodus, im Rücktrittmodus bin, bin ich eher so. Das heißt, da ist allein durch meine Haltung schon mal mein Atem eingeschränkt. und ich atme vielleicht ganz flach und tief. Und wenn ich eher im Angriffsmodus bin, dann gehe ich natürlich nach vorne. Dann kann es passieren, dass ich mich jetzt mal aufladen muss und ein bisschen mehr schnaufe, um dann eben denjenigen, ob jetzt verbal oder was auch immer, anzukreben, ist aber immer nur ein Zeichen. Unser Körper ist gestresst. Wenn mir das aber bewusst wird, kann ich einfach auch mal tief durchatmen. Zwei, dreimal und gucken, vielleicht berührt sich in dem Moment was. Oder aber ich ziehe mich zurück und mache erst mal diese 4-7-8-Atmung, weil ja alles in Aufruhr ist. Unser Sympathikus ist ja total aktiviert. Und damit kann ich halt wieder den Parasympathikus aktivieren und mich wieder entspannen. So.